Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Ich sehe den Timer leider mindestens bei drei Stunden. Nein, 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 nein. Ich habe ein ganz anderes Mindset mittlerweile. 20, hast du den ersten Tiger? Lass uns 10 machen, gestern hast du mich über den Tisch gezogen. Und ein Strafsub für den, der jetzt erst rausfliegt. Max, Julius und beide, danke für das. Einen süßen. Genau, okay, einen süßen, direkt. Aber nicht jede Runde, sonst ist es zu hart. Die Banane ist durch, ich bin eine gute, reife Banane. Ich bin eine gute, reife Banane, Chat. Ich habe hier auch eine Theorie, könnt ihr mal im Chat mal sagen, bei demjenigen, wie ihr das findet. Gestern war ich duschen, bevor ich gestreamt habe. Also ich habe nicht schlecht gerochen, meine Haare waren okay. Ich habe nicht geduscht seitdem, ich habe viel gespielt, ich stinke auch ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, man spielt besser, auch wenn es in den Raum schlechter riecht. Weil das Spiel merkt das. Versifter Gamer sein. Genau, versifter Gamer, finde ich persönlich. Und heute bin ich sehr versifft und man sieht es direkt im Pummelparty, im Fallgeist und im Velo. Ich bin da, glaube ich, heute. Ich bin direkt hinter euch. Harry, tolle Sache. Ich bin links von der Dose, ich bin eine reife Banane. Ich bin eine reife Banane, Chat. Blockparty, was ist das? Eli, Ruhe. Kannst du, kennst du, bitte Eli. Aber ihr müsst mir auch sagen, dass ich reif bin. Eine reife Banane. Das ist eine gut aussehende Reihe für Banane. Was ist ein Mickey für ein Scan? Boxer. Ein Boxer isst eine Banane, weil sie gesund ist. Und trinkt dabei ein schönes, gesundes Döschen. Das macht Sinn. Jungs, ruhig. Jungs, ruhig. Ruhig sein, Schnappel. Ruhig. Warnst du dich noch? Auf der Uhr? Oh, ich hab fast wieder schon reingehauen, gesagt. Oh, das war so knapp. Ich hab's gesehen, ja, das war so knapp. Weiter machen, weiter machen, weiter machen. Ich habe einen. Jungs, habt ihr auch einen? Ja, ich hab einen. Ich hab keinen mehr, ich wurde gefickt. Nein. Mann. Richtig, Eli, du Scheißhaufen, komm weiter. Los, rein mit der Banane, Eli. Ja, Eli, gut. Schöne Sache, Eli, schöne Sache. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ich bin ein Pinguin-Bändiger. Ich kann mit Pinguin gut umgehen. Wir sind alle drei im Finale. Ich kenne den Weg, Leute. Hier geht's, hier geht's dem Schlank. Oh mein Gott. Und jetzt nicht locken lassen. Nicht locken lassen. Nicht locken lassen. Ich bin Macher. Ich bin Macher. Ich bin Macher. Lauf, 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 lauf. Wir sind alle im Finale. Zu acht. Drei im Finale. Jetzt, 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 believen. In der Wahl im König heute. Zu acht ist das Spiel auch easy. Und wir sind zu dritt. Wir müssen ruhig spielen. Jeder bleibt nicht rumstenkern. Das sieht sehr gut aus für allen von uns. Okay, Micky, ich geh auf die andere Seite. Denn ich komm von oben. Du gehst mehr nach rechts, ich nach links, Micky. Du nach rechts, ich nach links. Die Banane ist so ein ... Mann, Digga, diese Scheiß-Banane. Danni, jetzt, ruhig. Ich hol dich mal an. Jetzt ruhig. Ich hol dich mal an. Ich, ich hab mich geopfert, ich hab mich geopfert fürs Team. Micky, wir müssen weg hier. Micky, ruhig, 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 ruhig. Du, nach links, ich nach rechts, du, nach links, ich nach rechts, Micky. Wir haben's, wir haben's, Micky. Hallo, Motherfucker. Ne, wir haben's doch nicht, wir haben's doch nicht. Da ist noch einer. Micky, er hat so viel Platz da hinten. Ja, spring runter. 36, 36. Bitte, gönnen. Choke. Wie könnt ihr das verlieren? Ich hab mich für euch geopfert. Und Eli sagt wieder, wir haben's, Eli. Hör bitte auf damit. Hör bitte auf damit. Das fünfte Mal das erste, wir haben's. Und ich opfer mich. Einfach einmal schön knackt durch das Ding, fertig. Ein glatter Bruch. Ein glatter Bruch. Einfach schön einmal durch. Wahnsinn, Alter. Wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Absprache. Wir brauchen das. Ich bin raus, Jungs. Gibt's da für euch? Gönn ich euch? Bitte nicht. Bitte nicht, Eli. Kann nichts sein. Oh Gott. Richtig. Als Fürzester. Ist ein schwerer Al. Ein schwerwiegender Al. Sieht sehr gut aus bei mir. Sehr, sehr gut. Sieht bei mir aus. Ich bin über dir. Ich bin über dich. Weiter. Weiter, weil ich ein Macher bin. Heute wieder 9 Uhr? Nein. 3 Uhr morgens auf ganz entspannt. Geben wir auf. Geben wir uns die Hand. Gut ist. Das ist eine geile Bose. Jungs, es fliegen viele raus. Ich werd nicht abgeholt. Eli 1, 2. Ey, ich wurde nicht abgeholt. Guck es dir an, bitte. Das ist ein Spielbug bei mir. Ich wurde nicht abgeholt. Ich bin zu Sport. Du musst warten. Ich warte doch die ganze Zeit schon. Seit 10 Minuten warte ich. Da hast du zu lange gewartet, du dummer Sau. Eli, der Zug ist abgefahren. Der Bus ist weg. Du hast den Bus verpasst. Einmal bitte, Eli, aus dem Hort abholen. Digga. Es ist so dumm. Ich wurde nicht abgeholt. Nein, das war verbuggt. Das war verbuggt. Das war verbuggt. Das ist doch, Eli. Lüge. Das war, Eli. Hallo uns beide. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ihr kennt den Weg. Ihr kennt beide den Weg. Okay. Er kennt den Weg. Links. Links, Micky. Ja, ja, ja. Micky ist sehr gut dabei. Da geht's lang. Da geht's lang. Micky. Micky, bitte konzentrier dich. Weil du der Beste bist, Michael. Weil du der Beste bist, Michael. Und das ist die Eins. In so einem Macher, Digga. Ich schwöre, du bist ein Macher. Also bei mir sieht es rosig aus. Bei mir auch. Rosige Zukunft. Bei mir auch. Ich habe eine Tour. Oh, ich bin qualifiziert. Richtig gut sogar. Ich bin jetzt oben rechts, da ich nicht Elias sehe. Nein, ich bin hier noch nie rausgeflogen. Du kennst meine Theorie. Okay, okay. Ich bin lief mal. Ich bin lief. Alles anspannen, alles anspannen. Zwei, zwei, zwei. Einer. Einer. Und drin, alle drin, alle drin. Na, kann ich nicht so gut. Einer Strauß, wichtig. Weil er oft kalt ist, der Nutten. Ich mach Meter, ich mach Meter, ich mach Meter. Mach Meter, Soße. Äh, äh, Banane, mach Meter. Träger, das gibt es nicht. Micky, ein bisschen von dir. Micky ist raus. Du kannst das, Danny. Du kannst das, du kannst das, du kannst das. Ich mach das jetzt. Links, immer links. Es ist immer links hier. Sei eine leckere Dose, Danny, bitte. Ich bin eine volle, gute Dose. Die Dose bin ich. Nein. Mach weiter, mach weiter. Heißt gar nichts. Das heißt nichts. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Raus, Kadaus. Jetzt du Kadaus, 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 Kadaus. Ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Kommandakiger, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen. Kreis X, Kreis X. So, wir gehen jetzt rein als Gewinner. Ich bin raus. Nein, ich bin raus. Bisschen nicht. Ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Bitte, sag das nicht, da war es, Danny. Ich glaube, ich bin auch raus. Put it in my life, baby. Doch nicht, bin drin. Sei eine gute Dose, Danny. Oh Gott. Ein, oh mein Gott. Das ist der Gift-Zapp. Und den will ich sofort haben. Noch zwei fliegen raus? Ich verstehe nicht immer. No, Micky, halt. Gut, gut, gut. Solution mit einem Gift-Zapp. Und den brauche ich auch. Aber hier fliege ich auch immer raus, ich schwörs dir. Man muss sich auf 100 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Wah. Ne. Steh auf. Guck mal, guck mal. Was ist das für ein Spiel, Digger? Die gehen nur auf mich die ganze Zeit. Du kannst das, Micky. An dich? Ja. Ich habe mal den Fokusvertrag bereit. Ja, du kannst das, du kannst das. Ruhig, ruhig. Micky, 10 Zapps steht noch, ne? Für jeden Win 10 Zapps, fünf beiden. Für Motivation. Oder? Das ist gut. Guck mal, wie er den Weg kennt. Guck mal, wie er den Weg kennt. Das ist gerade, Micky. Micky, ich weiß das. Das ist geradeaus. Das ist geradeaus. Immer rechts. Intens den Weg. Geradeaus. Geradeaus. Es ist safe geradeaus. Links. Okay, gut. Er kennt den Weg. So gut. Trigger. Er ist der Beste in dem Spiel. Ich habe das Wunzend, Annie. Ich habe das Wunzend. Guck mal, Micky, Danny. Und ich halte es fest. Zwei Wins nach 50 Minuten, Danny und Micky. Das war immer so. Jetzt beginnen die Brüche. Ich sage dir, das ist skill-based matchmaking. Ich schwöre es dir. Das ist so. Jungs, bitte. Jetzt High-Performance. Tempo hochhalten. Tempo hochhalten. Oh, der Erste, der ins Ziel kommt, heißt Lettbroch. Ist da drin. Ist da drin. Er hat einmal im Finale an uns gebrochen. Er war Erster. Wir haben nur den Siegernamen gesehen. Oh nein. Lendenbruch. Er ist da unten. Lendenbruch. Jungs, bitte einfach leben. Hier rausfliegen ist eine Schande. Das ist eine Schande. Außer die halten dich fest. Glaubst du? Der eine Typ da oben. Das ist der Bruch, der sich überträgt. Sehr schön. Oh, nur 10 fliegen raus. Scheiße. Sehr schön, sehr schön. Eli, 0 von... Eli, respektlos. Ja, weil ich dir keinen bekomme, Digga. Eli, ich will ein Gift davon haben. Nein. Es geht nicht. Respektlos. Nee. Sehe ich, er hat es persönlich nicht angefangen. Ich habe das Sorgerecht. Ich habe das Sorgerecht. Das ist die Jugendamtstadt. Ey, wir sind zu dritt im Finale. Straffen. Wir können das Spiel dribbeln. Wir sind stärker. Lendenbruch ist noch drin. Elf, Leute, das ist so stressig. Das ist echt... Ja, das ist ober. Ich hasse mein Leben doch wirklich. Jungs, ich mache hier unten Meter. Ich mache hier unten Meter. Eli, 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 Eli. Eli, Eli, bitte. Du kannst es zumachen. Eins gegen eins, Eli. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Eins gegen eins, Eli. Halt ihn fest. Hä, wo war noch einer? Da war noch irgendwo einer. Bitte nicht, Lendenbruch. Er ist ein bisschen langsamer runtergefallen als du. Oh mein Gott. Das ist der ewige Zeit. Okay, alles klar, Digga. Ein Moment. Ich rufe mal ganz kurz jemanden an. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich hätte ganz gerne einmal für nächste Woche Montag einen MRT-Termin für Elias. Okay, können wir alle, kennen wir alle, machen wir alle. Elf raus, elf raus. Erst springen, wenn niemand mehr so richtig bei euch ist. Guter Call. Man fliegt immer nur raus, wenn andere gegen... Boah, wie viele rausgeflogen sind. Pass down. Nicht hier raus. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Eine gute Dose, Danny. Den schaffst du, Danny, den schaffst du. Nein. Ich verabschiede mich mit einem guten Schuss. Alles angespannt und drinnen bin ich. Hinter dir. Boah, Digga. Okay, bitte nicht, bitte nicht, Tempel. Bitte nicht den Tempel. Da ist so viel random Scheiße in dem Game. Sei eine gute Dose, Danny. Ich bin der warme König. Digga, zu elf ist das so ein Krampf, dieses Spiel. Perfekt, das Nuttenhuhn. Ja. Kröchter Huhn. Weißt du, was mega passiert ist? Hä, was war das denn? Das hab ich noch nie gesehen. Der Bruch naht, Danny. Hörst du mich. Was war das denn, Chad? Das Fick Huhn. Darauf schaffst du, schaffst du, schaffst du. Es sind noch welche, aber auf gelb. Danny, du darfst dir nicht zu viel wegmachen. Es sind noch welche oben. Das Fick Huhn. Nimm einen Meter raus. Es sind noch zu viele oben. Du brauchst noch ein bisschen. Das ist eine Ruhe, ich mach das jetzt hier. Ich bin eine gute Dose. Das Schlimmste ist, wenn du weißt, dass es zu Ende ist. Du weißt, dass es zu Ende ist. Man sollte loslassen, aber man kann nicht loslassen. Du hast es. Wenn du da drüberkommst, hast du es wirklich. Du hast es. Nein. Du hast es, Danny. Du hast es. Ääh. 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 Ich hab noch nie die erste Stufe geschafft. Ääh. 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 Ich bin eine Teilkarte. Verfettete Must. Du gehst auf die rauf. Du gehst auf die rauf. Du gehst nur. Du gehst nur. Okay. Ich bin eine gute Banane. Vonspringen. Spring, spring. Puff. Du. Hast du ihn gesehen? Ja, er hat dich gefickt, er hat dich gefickt. Hast du ihn gesehen, den *** Sohn? Kannst du nichts tun. Mann, Digger, was war das denn? Was war das denn schon wieder? Er hat dich beim Sprung gefickt. Lendenbruch ist wieder drin. Lendenbruch ist wieder drin. Bitte, Micky, bitte stoß ihn. Bitte stoß ihn. Guckt euch diesen Noten an. Er heißt Lendenbruch. Er ist so schlecht, Lendenbruch, du scheiß Stream-Sniper. Er ist rausgeflogen als erstes, weil er kacke ist. Der Vogel hat es auf ihn abgesehen. Kontune 1262, du kleiner ***. Hält dich fest, kann nichts machen, hält dich fest. 30. Jungs, bitte alle drei weiter. Neeein. Und jetzt, deine gute Banane. Eli, komm. Ich hab den Schleimkraxler besiegt, weil ich schleimig bin. Eine schleimige Schleimbanane. Hilf deinem alten Vater, hilf mir. Hilf deinem alten Bruch, wichtig. Du gehörst dich von deinem Vater. Du bist ein guter Sohn. Na, okay, danke für dein Bein. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. Ich kann den Weg. Ich kann den Weg. Bleiben ruhig. Ich kann den Weg. Jungs, ihr habt das beide, bitte. Vergib uns unsere Gier. Oh mein Gott. Das war die Gier. Das war die Gier. Eli, nein. Eli, beruhig. Eli, beruhig. Die brauchen dich. Das war so die Gier, Digga. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Oh mein Gott, Micky. Ewiger Zweite bei Zehenspitzen ist so schlussend. Und jetzt guck, Danny, das, was ich meine mit der Taktik mit den Vier. Guck jetzt. Guck auf die Banane. Ich will lernen. Ich will lernen. Ich will lernen. Okay, warte, hier ist ein bisschen hektisch. Du machst so und so. Okay, das zum Beispiel nicht. Nee. Nee, das auch nicht. Warte, warte, warte. Ist ja egal. So, den hier. Genauso. Oh, der hat das. So viel Gelb. Da ist das. Geisteskrank. Ruhig. Du musst da rüber. Du musst hier rüber. Nee. Doch, doch, hier ist es gut. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Ja, da geht es weiter. Da geht es weiter. Rüber. Jungs, Kreis X. Sofort. Danny, wenn ich loslasse, dann schiebt er mich. Danny. Spring. Spring. Ach so. Okay. Spring ins Ziel. Genau. Okay. Weil ich besser spiele. Tu mir einen Gefallen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay. Ich sage gar nichts. Ich sage nichts. Danny. Ruhig, 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 ruhig. Danny, wir müssen uns trennen. Wir müssen uns trennen. Oh, ich habe einen so gefickt. Eli, muss rechts. Muss rechts. Hinter dir. Hinter dir, Bruder. Das geht nicht. Elias. Es ging nicht. Doch. Eli, es wäre gegangen. Ich glaube nicht. Eli. Ich glaube nicht. Die Hand. Ich glaube, es wäre nicht gegangen. Ich glaube, es wäre nicht gegangen. Es wäre Riesenkraft. Auf dem Heldsprung. Doch, mit dem Heldsprung. Ganz klare Sache. Naja, okay. Verzeih ich dir als gut. Ich war mir nicht sicher. Ich habe es gesehen. Kreis X. Okay, wir gehen rein. Sorry. Sorry, Leute. Es wird... Ihr müsst es ohne mich spielen. Ihr müsst es ohne mich spielen. Ihr müsst es ohne mich spielen. Ich kann mich nicht abfacken. Die Dose könnt ihr nicht abfacken. Ich bin raus. 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 Ja, ja. Gebe eine Mute. Gebe eine Mute. Gebe eine Mute. Gebe eine Mute. Ihr könnt das Spiel. Guck mal, wie die heißen. The Big Bruch und Lendenbruch sind hier drin. Es müssen noch zwei rausfliegen. Die sind beide Full Mute. Wir haben es. Wir haben es. Ne, es müssen drei rausfliegen. Es müssen drei Leute rausfliegen noch. Nein. Micky ist raus. Micky ist raus. Deine f***e Mutter. Die habe ich so in den Arsch ge***t. Du kannst es dir nicht vorstellen. Der habe ich dir in den Arsch ge***t. Ich habe keine Mute. Hast du gesagt, wir haben es? Nein, habe ich nicht. Es müssen noch zwei rausfliegen. Die sind beide Full Mute. Wir haben es. Wir haben es. Und jetzt auch noch Lügen. Na und, dann habe ich es halt gesagt. Dann habe ich es halt gesagt. Na und, weil ich glaube, dass ihr es könnt und dass ihr es schafft. Ich bitte dich inständig, dass ihr es gelassen. Inständig. Okay. Je näher der Bruch kommt, dass du in der Schalte bist. Aber das fürchte ich auf alles. Mein Patronus ist stark. Und der ist dann direkt aus der Seele. Du musst heute da hin. Runter, runter. Rein in die Wette. Setz alles auf die Arsch bemotivieren. Schaltkreislauf. Ja, okay. Oh. Ich bin nicht gewesen. War so smart. Oh mein Gott. Mann, Digga. Ich kann das nicht mehr. Ja, Jungs. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Reiß dich zusammen, Eli. Oh, Micky macht so einen guten Lauf. Hilfe. Micky ist am Erster. War so schnell im Ziel. Ich habe zwei Leute überrundet. Der muss jetzt perfekt werden. Und er ist perfekt. Und er ist perfekt, Digga. Dass ich das noch schaffe. Hilfe. Sind wir alle da? Sind wir alle frisch? Wir sind alle da. Frisch, rasiert, alles. Ich stinke. Ich stinke. Ich stinke. Aber so kann ich besser spielen. Eli, also riechst du es echt, wie du stinkst? Ja, schon. Ein bisschen. Meine Achseln halt. Meine Achseln. Ehrlich. Also wenn du dich selber riechst, das schon bodenlos. Meine Achseln stinken. Achselschweiß. Und dazu stehe ich auch. Aber riechst du richtig dran oder ohne, dass du dran riechst? Nein. So mal gibt es eine kleine Nasen. Ich dachte einfach aus dem Nichts stinkst. Nein, wenn ich jetzt... Das... Es riecht streng. Ach du Scheiße. Wir sind aber alle drinnen. Es ist immer links. Digga, nicht full mute. Wir müssen uns absprechen. Micky ist full mute. Ja, Micky. Das ist dumm. Das ist dumm. Vertrau mir, es ist immer links. Eli, Ruhe. Immer links. Ja, hier. Ja, hier. Halt's Maul. Ja, nicht so... Micky ist auch nach links gegangen. Siehst du, wie dumm? Ja. Das ist links. Geradeaus ist noch alles drin. Wir sind relativ weit vorne, alle. Okay. Du bist erster, Danny. Ich wollte es nur gesagt haben. Sich nervös werden. Es ist rechts, ja. Es ist links. Es ist rechts. Es ist rechts. Es ist rechts. Es ist links. Danny, wir haben es. Bitte joke nicht. Ja! Wir haben es geschafft. Ja! Digga, wir haben dreimal in diesem Spiel gewonnen. Digga, die Dose, du Macher. Ich war Zweiter, ne? Ich glaube, ich war Zweiter. Hätte Danny das Ding nicht geholt, hätte ich das gut. Ah, nee, der war links noch von mir einer. Die Dose! Wir waren alle gut. Alle sehr, sehr gut. Und jetzt schließen wir das Spiel und gehen ins nächste Spiel. Ich habe gesagt, wir schaffen das in einer Rekordzeit. Ja, dann mach Elm die Karte auf! Digga, ich bin nicht in Range, du verfickst, der Master-Sau. Ich bin nicht in Reichweite, verstehst du das? Hast du mal Brim gespielt? Aber nicht. Ich habe dir so deinen Arsch gerettet. Ein Gegner überträgert. Schön. Nice Hedge, nice Hedge. Micky, ich schwöre, ich kann so ein Spiel, Micky. Sehr gut. Heute ist ein guter Zockertag. Habe ich schon direkt bei vornkreis gemerkt. Danny, es geht wieder. Er hat mich gefickt. 160 hat die mir gegeben. Keine Ahnung, ja. Genau dann läuft die Ulti. Ja, wie krass. Oh mein Gott, ey. Wir haben 3-0, 3-0, 3-0. Ein Gegner überträgt. Wir spielen viel besser. Wir spielen viel, viel besser. Die kommen, die kommen, die kommen C. Schade. Kann das besser. Weiter geht's. Wie viel? 120, Digga. Ach, Bruder. Jetzt müssen wir langsam, Leute. Wir müssen langsam. Wo ist der Letzte? Spike ist bei mir. Bitte, Jett. Bitte nicht. Wir sterben. Gut, 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 gut. Sie werden sich beugen. Jett. Weil ich viel besser spielen kann. Es ist wirklich krank, du kleine Tochter. Oh mein Gott. Mir geht's 2 gegen 2. Die sind beide scheiße. Ja? Ein Gegner übrig. Er ist hinter dem Ort. Er ist hinter dem Ort. Oh mein Gott. Da sind es noch. Oh mein Gott, wo war der? Wir haben ein Problem. Ich kann nichts mehr kaufen. Oh. Oh. Nimm Wanderl. Vielleicht safen. Oh halt, du hältst dein Maul im Chat. Weiner ist tot. Weiner ist tot. Bitte. Spike platziert. Letzter lebender Verbündeter. Du hast letzte Runde, oder? Guck mal, er hört auf mich. Ja. Komm, ich soll mich. Er ist alles geben. Gegner bei A. Weiner tot. Ein Gegner übrig. Oh. Oh, ich bin ein Spieler. Sehr schön. Play Defense. Geil. Geil, 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 geil. Okay. Ich konnte es halt. Ach, Tigger. Letzter lebender Verbündeter. Das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Aber wir können das ertragen. Bruder, kauf dir bitte ein Headset. Du bist ein Millionär, Eli. Du bist ein Millionär. Und ich bin auch ein Frager. Ja, bist du, aber kauf dir bitte ein Headset. Du hast Millionen, kauf dir bitte ein Headset. Ich hab's nicht gehört. Der Mann, einfach Millionär. Aber ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Aber Mas, du, verdammte Notensau, bist nicht entschuldigt. Dein PC geht jeden Abend um ein Uhr aus. Mit über 9000 Sub's. Seit 8 Jahren Aktivität. Ich mach's. Ich mach's. Noch 30 Sekunden. Wacher. 20 Sekunden schnell. Fast, Geist. Blind, Bomben. Blind, verfasst. Blind, blind, blind. Danny, 50 griffsthaft. Das war die Chance. Eli, kannst du auch so sagen. Wirf ihn rein. Wirf ihn ins Feuer, Danny. Nee, vernichte ihn. Gar nicht mehr. Der beste von... Von wo? Von wo? Ich rufe jetzt Musti und Eldos an. Ja, ruf Eldos an, Bro. Eldos, Musti, bitte reinkommen. Gib mir den Nahenstoß mit dem Jungen. Eldos, Musti, kommt rein. Deine Mutter geht so auf den Stich. Die könnte ver... So, ich werde jetzt wissen, was die waren. Silber, Bronze, Silber, Silber. Warum kommen wir in so gute Lobbys, Digga? Die Map heißt schon Fraktur. Ich kann das nicht. Eli, 10 Subs killwerte sofort. Okay, komm. Warte, ich smoke. Ich hab ihn. Und das ist es, Jungs. So, weil wir viel besser spielen. Weil wir viel besser spielen. Ich kaufe rein, weil ich eine Mast-Saube, eine Gierige. Die Gier-Kick-Rein. Komm, wir. Bitte nicht die Wendel. Nein! Nein, Danny. Wenn die uns jetzt killen. Nein, nicht die Wendel. Danny, wenn die uns jetzt... Immer Spektrum, dicker Schild. Danny, Danny, komm mit mir. Danny, komm mit mir. Oh, Gott. Rayna, minus 40. Impul, impul, impul. Du hast sie. Gut, 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 gut. Wir müssen sie niedermetzeln. Wir müssen über sie rüberfahren. Wie ein LKW. Er ist flanked. Sehr gut. Mal weg. Das ist One-Shot. Er hat Ass gemacht. Fuck! 145 im Kopf mit dem Revolver? Das zählt beides. Oh, mein Gott. Schade. Da war er, da war er. Das war ein anderer, wenn ich gut. Hinter mir ist noch eine. Ah, ah. Ein Gegner übrig. Da. Ich hab mich gefickt, dass du brauchst, du Hurensohn. Sehr gut. Gut, Mustafa. Eins gegen eins. Du bist besser, Rayna. Super, Mustafa. Viel besser, Mustafa. Deswegen haben wir dich rekrutiert. Let's go. Was? Nicht. Ich hasse es, du krass. Ich hasse dich gerade in einem Nahkampf. So krass. Aimt einfach ab. Und heal dich. Nicht peeken. Einfach nur abaimt. Okay, gut. Schön. Ein Gegner übrig. Schade. Letzter lebender Verbündeter. Okay, 6-6. Letzter lebender Verbündeter. Digga, minus 90. Ach, Digga, Mann. Must. Kämpf zu. Aber es bringt nichts. Die Rayna von denen ist gut. 27, 12 steht die. Willst du dener Typen abschießen? Letzter lebender Verbündeter. Digga, diese Rayna ist... Sie ist unglaublich. Letzter lebender Verbündeter. Um nach 10, auf 1, auf 1, auf 1. Cool. Oh mein Gott. Das war gut. Das war ein super Play. Kannst du mich retten? Edos. Edos tritt um den. Edos, die Ulti. Digga, warum trifft das denn nicht? Warum trifft das nicht? Ich war genau drauf. Ich habe mich nicht bewegt. Und ich will ja da nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber Danny, die Nutten-Sau, ist ja eh gerade Mute. Deswegen Danny, f*** ich. Und die Runde danach, dein dreckiger Juru. Edos, du bist treu. Okay, okay. Oben. Tunnel. Tunnel. Wieso? Edos, geht dabei. Hinter mir. Ich check's nicht. Mann, wie kommt der von hinten? Wie kann der von hinten kommen? Oben. Oben. Digga, aber jetzt mal ehrlich. Wie kann der von... Zehn vom Laschen. Sehr gut, Jungs. 2-0. 6-102-6. Digga, Jungs. Fucking solide. Ihr habt das ganz einfach. Sehr gut. Miki, du bist besser als das. Du bist besser als das. Ja, ich bin besser als das. Ich habe einen. Ich bin der schlechteste Spieler der Welt. In der Mitte. Gut. Verdammte Nutten-Sau, Juru. Ich bin ein besserer Juru. Ich glaube... Das ist eine Genie-Runde. Bitte zeig dein Gesicht. Ein Gegner in der Mitte. Wie schaffst du denn? Das ist eine Genie-Runde. Wir sind alle hier. Das ist es. Das ist es. Hä? Er ist unten, er ist unten. Habt ihr. Super, super, super. Hä? Er stand da auch nie. Nein. Er ist wo? Ein Gegner übrig. Jaaaa! Elitela! Oh, mein Fehler. One shot, one shot, one shot. Super. Okay, wir haben die Eins schonmal. Wir haben schonmal die Eins. Nein. Nein. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Und jetzt. Und da bin ich mit der Genie-Runde, da bin ich. Ach, Digga, du bist ein ... Sohn, deine ... Mutter, aber ich gehe an den ... Super, Eldos. Kennen wir das Ding ab. Nicht sterben, nicht sterben. Super, Eldos. Hey, du hast vier Kills, krass. Sehr gut, der Handling. Ein Gegner übrig. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ich bin tot. Mann, Digga, ist das dumm. Ein Gegner übrig. Ulti, alles. Ulti auf. Ulti. Ulti rauf, springen. Oder meine Ulti ist nichts. Du musst entschärfen. Nee, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, er ist in der Smoke. Warte runter. Geh runter, entschärf. Du brauchst die Zeit. Wo ist die Ding? Wo ist die Ding? Ah, geradeaus, geradeaus. Entschärf. Ey, du hast ... Das ist doch gar nichts. Bereit fürs Höllenfeuer? Angreifer gewinnen. Ey, los, runter. Wir haben eine letzte Runde. Wie, die Höllen, was sind da uns? Ach, Digga. Ey, bitte, Jungs, 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 Jungs. Go. B. Und wir werden wieder B gehen. Weg mit dir. Sprinte doch. Digga, benutzt doch deinen Dash, Elders, Digga. Manchmal machst du echt komische Sachen. Mach doch einfach, drück doch deine Tasten. T.P. 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 Micky hinter dir. Auf Kopf, Micky. Was? Weiter, weiter, weiter. Der ist da, muss ich. Digga. Okay. Es ist vorbei. Gut. Nice. Ein Gegner übrig. T.P. T.P. Gut gespielt, gut gespielt. 4-3, das war gut. Ein Gegner übrig. T.P. T.P. Sehr gut. Abaimen, abaimen. Hab ich. Und da ist sie weg. Sehr gut gespielt. Machst du weg. Gut Elders, gut Elders. 3 gegen 2. Super Elders. Einer entschärfen. Einer muss schon mal zur Hälfte machen. Ja, Jungs. Entschärfen. Gut. Ach, ach, ach. Verteidigen. 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 Nicht sterben. Ich hab einen. Ich hab noch einen. Ich hab einen riesen. Ich hab zwei absolute Headshots gedrückt. Einen hab ich wieder geholt. Wenn ihr euch killt, hat er wieder Leben. Super, Jungs. Schade. Ein Gegner übrig. Spike bei mir. Okay. Er könnte eigentlich nur von hier kommen. Bei mir, bei mir, bei mir. Bei mir, bei mir, bei mir. Weg. Nimm deren Waffen. Digga, ihr seid Lullis, dass ihr überhaupt da reingerannt seid in die Dusche. Der kann teleporten. Denkt dran. Nein, ich bin da nicht rein. Der bei mir ist. Wollen wir hier? Werden wir hier? Ich hab gejoked. Hochjumpen. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, Alter. Ja. Alter Schwede. Ich will das nicht. Es ist so krass. Die haben keine Waffen. Ich hab drei Leute geholt. Er ist hier. Er ist bei mir dran. Ich weiß. Mach den Sack zu. Jetzt sind sie bei mir. Ein Gegner übrig. Weil ich besser spiele. Weil ich viel besser spiele. Und hier ist meine Binder am Abend. 26-14. Geführt hab ich sie. Und Rodri hat schon wieder seine Cates gemacht. Verlassen. Nächstes Spiel aufmachen. Ich sag dir ehrlich, aber sonst ist es auch sehr langweilig. Lass Shifty gehen. Wir gewinnen, Digga. Wir sind zu dritt. Wir f*** die. Ich hab einen. Der hat ja Spielspaß. Wie sieht's denn hier aus, Digga? Was ist denn das hier? Der muss man hier aufs Gegner. Correct. Ich brauch Minis. Ich brauch Minis. Gib mir mal bitte einen Mini. Gib mir mal bitte einen Mini. Ey, hört mal jetzt auf mit sowas. Nee, Niko. Ey, die haben Fortnite so verschissen, ne? Die kleinen Wichser. Digga, was Miki hier macht. Guter Abschlag, Niko. Ey, Digga. Ey, Digga. Oh, hier bei mir. Er landet auf mich. Ich werd ihn shitten. Weil ich besser bin. Zurück. 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 Oh mein Gott. Ich krieg zwei Snipes. Ich weiß schon wo. Tötet sie. Ich hab den Panzer geklaut. Ich fahr die. Eddie, töte sie. Ich fahr ihn. Er ist one shot. Er ist cracked auf jeden Fall. Er ist tot. Der andere ist auch quick, Miki. Der ist auch tot. Jungs, bitte chillt. Bitte chillt. Bitte sterb nicht. Hinter uns, Jungs. Gut, richtig. Oh, es ist 3 gegen 3. Es ist 3 gegen 3, Jungs. 3 gegen 3. Scheiße. Komm mit, Jungs. Komm mit. Ich seh einen. 3 gegen 2. Let's go. Und das ist die Eins. Und das ist die Hoffnung. Ein Win noch, ey. Dann ist das Ding hier over. Gestern mit Rohat war ich um 9.30 Uhr fertig. Noch zweieinhalb Stunden mehr. Das ist hart. Und wir waren in Velo beim letzten Win. Das ist so geisteskrank gewesen. Hier ist ein Gegner bei mir. On me. Direkt close. Bitte zu mir kommen. Er ist draußen. Noch einer. Noch einer. Zwei. Zwei, Danny. Noch einer. Vor mir. Du bist der letzte von denen. Ich fick ihn. One shot. One shot. One shot. Ich brauche eine Hand. Digga, hä? Wie viel Leben hat der er? Ja, zusammenbleiben. Das ist der Win. Micky, über dir rechts. Rechts über dir ist einer. Oh. Er ist hinter dem Berg. Links. Links. Er ist gerade... Er ist gerade... Er ist oben. Hinter dem Haus. Er ist hier links irgendwo. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Ich habe früher 6er gespielt. Er ist hier. Er ist hier irgendwo. Er hat minus 130. Er ist in der Luft. Chill cracked. One hit. Schade. Close bei mir. Close. Close. Ich glaube im Busch. Cracked. Er ist cracked hier. Cracked. Anderhof. Wo ist diese scheiß Fontäne? Ich habe ihn. Schüsse. On me. Jungs, er ist so viel besser als ich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie gut er ist. Wo ist er denn? Wo ist er? Er ist cracked. Er ist cracked. Hier hinter. Micky, du kannst ihn. Ja gut. Lass hier ganz kurz das Haus. Hier kurz das Haus. Die holen. Die hatten gerade einen Feind. Jungs, ich bin bei der Brücke. Hier sind Gegner. Ich brauche Hilfe jetzt. Diese ist komplette Squad. Bitte. Ich bin bei dir. Jungs, bitte. Jungs, bitte Hilfe. Wir sind low. Zwei low. Hab einen. Okay. Irgendwo aus der Zone. One hit. Hab einen. Big Track. Sehr gut. Aus der Zone. Aus der Zone. Ja, ja. Ich hab Dings Schild teilgestellt. Er ist tot. Wahnsinn. Okay, aber wir haben alle 200 Leben. Wir haben das. Wir haben das. Ich kann das echt nicht mehr. Ich muss so ins Bad Nests. Die Runde haben wir. Die Runde haben wir. Die Runde haben wir. Wir spielen aggressiv. Und wir haben die. Wir shitten die. Und nicht retten lassen. Nicht retten lassen. Nicht retten lassen. Die sind richtig gut, Jungs. Die sind richtig gut. Die müssen aufpassen. Wer? Wo, wo, wo? Die da oben. Oh, der eine ist zu one shot. Das ist ne richtige Drecks Endzone. Ich sag's euch ungern. Ich hab ihn. Wir sind oben drauf. Wir können die ein bisschen chillen. Wir können die eigentlich chillen. Die haben uns gesehen. Oh, die haben dieses Gewehr. Einer hat Schildcrack. Du musst da weg, Michi. Das macht 170 Schaden, die Scheiße. Ja, ich weiß. Einer kommt rechts runter. Ich hab ihn. Hier links ist einer. Hier ist einer. Hier. Mann, Digga. Was ist das für ne Waffe? Ich kann das nicht. Digga, die macht 170 Schaden. Hab wieder einen. Einer ist white. White. One hit, Einer. Ich hab einen. Digga, ich kann diese Waffe. Ich kann diese Waffe nicht mehr. Hast du einen? Hast du einen? Ich hab einen. Einen hab ich. Diese Drecks Waffe. Ich schwöre. Was haben die mit dem Spiel gemacht? Er ist white. Ich kann nix machen. Ab einen. Er ist im Busch. Einer lock. Er ist dahinter. Er ist dahinter. Er ist im Busch. Doch war Schildcrack. Noch einen. Ja. Ja. Digga. Ich kann das alles nicht machen. Ich liebe euch Jungs. Ich hab. Ich hab. Ja. Und das ist es. So müssen wir spielen. Aggressiv rein. Dann machen wir die weg. 25 Kills. Und das ist der letzte Win-Challenge geschafft. Hopp gehen raus an Danny und daneben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.